Yo Leute, was geht ab? Nadine und Ergi wieder am Start. Hallöchen Freunde! Hallo, wir haben uns A-Takes-2 geholt, beziehungsweise Nadine hat sich's geruhigt und ich darf mitspielen. Wie schön! Ich lade dich ein, Ergi. Du lädst mich ein. Diese Runde geht auf dich, sehr schön. Ja, wir haben schon mal ganz kurz reingeguckt, es war absolut cool. Wir müssen jetzt nur noch mal schauen, dass wir noch mal von vorne anfangen, dass wir euch alle mitnehmen, unsere gesamten Null-Zuschauer. Das läuft doch, alles klar. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf was freuen, Leute, weil das Spiel ist ultra niedlich. Das ist jetzt mal was ganz anderes als das, was wir sonst gemacht haben, muss man ja auch sagen. Ja. Da geht es nämlich um eine Beziehung, die zerbrochen ist und sie wollen sich wiederfinden. Ich höre mich selber bei dir. Ja, ich habe es gerade auch nicht. Ich glaube es. Ich glaube es. Willst du ein neues Spiel starten? Mhm. Mhm? Nein, das Spiel. Hm, verfahren. Cinematic. Ich halte einfach mal die Klappe. Genau, lass sie einfach mal mithören, Aki. Guck, sie waren auch bald zurecht. Ja, ich habe es nicht vergessen, ich dachte, du warst sie morgen. Nein, es war heute. Ich arbeite morgen. Aber es ist Saturday. Ich weiß, ich habe zu arbeiten. Du musst das machen jedes Wochenende? Oh, Cody, ich bin nicht in der Lage für diese Diskussion wieder. Hey, hey, Rose braucht uns beide, okay? Das ist nicht fair. Usen sie. Ich bin nicht Usen sie. Ich bin nur ein Fakt. Warum nicht einfach gehen und sagen sie, dass wir divorzieren? Oh, so wie das? Ja. Ich bin nur ein Fakt. Ich bin Cody, ist doch wohl klar. Hm, ist es auch. Freundchen. Eki, es wird uns wieder zusammenfinden. Ja, sind wir dann wieder in einer Ähe. Mhm. Hey, honey, can I just take Ella for a second? All right. Uh, Rose. Honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that, uh, we have to do stuff that isn't always very fun. What we're trying to say, darling, is that, well, Mom and Dad, we've decided to go our separate ways. Okay. Can I go and play in my room? Uh, yeah, yeah, of course. Der Elefantenkönig kommt mit. Mhm. Das war klar. Arme Rosie. Sie sucht was. Sie hat ein ultra cooles Zauber. Karma. Ich hab ihn schuppen. Sie ist super traurig. Leute, sie ist super traurig. Ja. Mit recht. Dr. Hakeem, you have to help me now. They have to stay together. Huh. Shh. Mausebär, wir kriegen das wieder hin. Hör auf zu heulen. Hallo. Spanon, die dort fallen. Auf unsere Köpfe rauf. Wir werden angeweint. Wurdest du schon mal angeweint? Hm? Ich hab nur vier Finger. Oh, oh, oh. What is this? What, what is this? Oh, help. Hello? Help! Cody, I'm trying to sleep. Hey, is that you? Oh. Cody? Oh. Why do you look like a blob of clay? Why do you look like a wooden doll? Oh, 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 oh Oh mein Gott! You can't wake up here! Exactly! Okay, Mr. Book, so how do you wake up? Cody! May! You're here to fix your relationship! Just fix it! Yeah, yeah, we're divorcing! It's all good! No! I will help you fix your relationship! Chapter 1! Fix your relationship! Plus, I promise your daughter to fix your marriage! See, love is like a mountain! Who? What? May! May! It's Rose! Come on! Let's get to her! She must know what's going on! So! Dann, äh, geht's jetzt, glaub ich, los! How do we get up to her? Oh, the stairs over there! But we can't reach them! Okay, let's go! Hmm... Hmm, hmm... Und du bist links die kleine Holzdoppe. Cody! Ich bin der Schlager drin! Und da ist Flitzen! Und sich die Rolle, alles klar, ranhängt! Da sind doch glatt die Sicherungen rausgeflogen. Fuselags. Los, wir holen dich wieder. Hier hoch. Lassi. Lauf. Wir haben sie gefangen. So, wie machen wir das jetzt? Schieben mussten wir doch. Nee, ein Doppelsprung hier. Oh. Lassi, können wir uns jetzt ranschleichen? Dass wir sie nicht verschrecken. Glitzt einfach weg. Oh, shit. Tschüss. Das versuchen wir doch mal. Och. Hey. Bring dich bitte mit ran. Da ist sie. Ja. Wir machen ihr voll Angst, der kleinen Sicherung. Ach, sie doch gar nicht haben, die Kleinen. Cody, watch your head. I am. I am. Ouch. Back. Wir sind wahrscheinlich zusammen rauf, ne? Hm. Was mussten wir da nochmal machen? Spring. Ja, den hier. Genau. Geht zusammen. Drei, zwei, eins. Los. Sehr gut. Man, die lässt es aber auch flitzen, da. Oh, das ist schwierig. Scheiße, was schön. In den Tod. Oh. Mann. Kriegen wir das hin? Jetzt schaffst du es immer... Ja, ja. Das ist ja geil. Alter. Alter. Bin ich dumm, oder was? Sag bitte nichts. Danke. Danke. Schon wieder. Warum? Was mache ich falsch? Du musst aber... Guck mal. Ah, da bist du jetzt. Alles gut. Sie haben aufgegeben. Sprung, sprung, flitzen. Zu weit geflitzt. Hast du gesehen? Ja. Ich habe es gemacht, was ich sollte. Und los. Schaffst du das? Wir haben zwei Zuschauer. Hallo, zwei Zuschauer. Was geht ab? Schön, dass ihr da seid. Das ist das süßeste Spiel auf der Welt. Aber was sollten wir hier nochmal machen? Das ist eine Handkreissäge. Ja, das wussten wir nicht. Steck den Stecker mal dick rein. Einen dicken Fettsack-Sprung. Du musst hier hinten mit festhalten, nicht, dass du durchgesägt wirst. Ich habe sie. Ich sehe, Herr Rank. Huht, du hast mein Blödsack-Sprung, ich habe sie wieder gesehen. Wir sind nicht hier, um Blödsack-Sprung zu machen. Oh nein! Du bist richtig! Wir sind hier, um Blödsack-Sprung zu machen. Oh nein! Sie sei richtig! Wir sind hier, um Blödsack zu machen. Was hat gerade passiert? Oh, die verdammten Fuse! Mei, da ist sie. Rose! Rose, darling! Hallo! Oh, nicht du wieder! Oh, weg weg, du schlusser Böck! Ja, weg weg! Ich muss gehen und sprechen mit meiner Frau. Deine Frau? Oh, du sprichst wie du honnst sie. Ask dich selbst. Kannst du wirklich honnst die Leute du liebst? Kannst du uns durch? Oh, komm. Ich insulin sie. Aber ich werde. Einmal, das gibt hier, irgendwas ich habe. Ich muss gerne wissen, bis jemand gibt. Die Entstehung kann sie nicht aufstenen. Was weiß ich? Was etc? Nein Oklahoma, die Ah, wir Hasen nicht überharm�,före. Esigon zunächst mal wie ein Wasserfeder im Lchenher. Oh ja. Das ist dein Wasserfeder im Lchenher! Oh, Wasserfeder, was ist voraus? Sie wissen, wer dieser Mann ist? Ich erzähle dir, das ist Cody. Sie wissen, der Mann könnte all diese Art von Krabbe in deinem Kopf nehmen. Oh, ha, nein, das ist... Das ist du! Du hast mich verletzt, mit all dieser Krabbe! Ja, ich bin nur auf Krabbe, das war es! Uh oh! Das ist so fantastisch! Oh, schau, da ist es! Schau, schau! Du nimmst das einfach nur... Ja, ich meine... Also, das ist das, warum es sich verletzt hat. Es war deine Schuld. Und du hast mich verletzt, dass du mich verletzt hast! Vielen Dank. Insofern, du hast mich weggebracht, in hierzu! Baaaaaah! Baaaaaah! Der Mann ist erinnig. Heftig hat uns einfach eingesaugt. Und hammer weit weg gespockt. Er ist ein Spocker. Er ist ein Spocker. Er ist ein Spocker. Willst du zurückkommen? Ja! Willst du mit deinem Dorn sprechen? Ja! Dann musst du das Wacken zusammenklappen! Oh, komm mal! Warum machst du das mit uns? Weil du beide musst lernen... Collaboration! Das sind nicht alle hohe Punkte. Aha! Du wißt du, Collaboration ist die Grund für eine gewisse Verbindung! Huh? Collaboration! Du wirst du? Jetzt! Ich sehe dich später! Hasta la vista! Good luck! Bye bye, jetzt! Crazy Book! Ist das nicht so, wenn du ihn nicht verletzt hast? Oh ja? Das hätte niemals passieren können, wenn du ihn verletzt hast. Wie du es promised hast. Hey, hey, hey! Wir haben alle Vacuum Cleaner's vivier. Ja... Ich denke wir müssen doch gerne laufen. Ja... Ja, ich denke wir müssen doch gerne hier. Ja, ich denke wir sind doch auch gerne, aber wir können es alles Male! als ob wir wieder in unsere reale Beatsleiten kommen. Okay... Lass uns den Verdammungsverbeeren umgehen sollen. Das verdammt nicht so ganz ganz. Ich denke wir müssen doch gerne einen Rally-Roy-Royer. Ich denke, wo ist das sehr lustige Buch aus. Da darf man nicht reinfallen. Klar. Ich bin ein Renner. Pass auf, was ist das hier leuchtendes Ding? Hier ist auf jeden Fall ein Staubsauger, der uns einsaugen will. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Lass uns mal überlegen. Ich probiere es mal. Ja, ich glaube, dann sollen wir hier rein. Geil, dass es gemacht ist. Ich weiß nicht genau, wo man... Ja, hier auf dieser Plattform landen. Wenn du rauskommst, flieg einfach zu mir. Mich? Oh, ich bin schon wieder eingesaugt. Direkt in den nächsten. Oh, fies. Das wollen wir nicht rein, alles klar. Oh, scheiße. Witzig, dass man im Einfachen schon geht hat. Pass auf, das ist ein Schredder. Da würde ich auch nicht reinspringen. Meinst du nicht, dass er uns hochwirft? Jetzt siehst du doch, dass das reinsaugt. Schade. Ich würde versuchen... Ach, hier drüben ist noch ein Rohr. Wollen wir hier... Sprung, Sprung, Schlittern. Kommen wir nicht so weit. Und was ist da oben? Ach, warte, wo hast du das gesehen? Warte, weiter... Da. Da. Oder? Lass uns doch mal gucken. Kommen wir hier auf diese Pyramide auf? Oh, ne. Ich bin auf jeden Fall runtergerutscht. Da. Kommen wir irgendwie da rüber? Oder wir versuchen erst mal da hin. Ah, hier, 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 hier ist was. Hier ist was. E. Ah, ich soll da rein. Hoch! Du warst zu schnell. Ey, du. Ja, das dauert ein bisschen. Okay. Los. Und los. Ich geh rein. Oh, scheiße. Wee! Und jetzt musst du da den Knopf drücken für mich. Oh, Mann. Geh rauf da, du kleines Mäuschen. Gut gemacht. Und weiter geht's. Wupp! Uh, uh, oh! Geil, dass er ja nur gemacht ist. Wo sind wir hier eigentlich? Sind wir irgendwo im Keller? Keine Ahnung. In der Scheune sind wir, glaube ich, noch, ne? Ja, muss er irgendwie. Oh, Hammer, nett, dass du mich alleine lässt. Oh, Mann. Vielen Dank. Ich kann wieder was werden. Ich mach's jetzt fertig. Oh, Mann. Spreng. Spreng. Achso, ich muss auch nach vorne drücken, ne? Oh, Mann. Erke, ich kann das nicht so gut. Oh, Mann. Sünde für mich, ne? Boah, ich hab richtig heftige... Sprung, Sprung, Flitzen! Du musst Wege drückt halten, ne? Ich glaube, ich drücke Shift. Du musst Shift überhaupt nicht... Also, du musst Shift nur ganz am Ende. Ja, ja, nicht Shift, sondern SRG, oder? Ne, schon Shift. Ne, Shift. Sprung, Sprung, Shift. Sprung, Sprung, Shift. So, Sprung, Sprung, Shift. Nach vorne drücken. Lass einfach Wege drücken, wenn du das machst. Ja. Und, laufen, springen, springen, Shift. Wow. Easy for you. Okay, was ist hier, was geht hier ab? Hier sind auch Sicherungen. Da müssen wir doch bestimmt was machen. Naja. Geh rein! Ja, das bringt mir ja nichts. Ich lande ja in der Suppe. Wieso? Nein. Natürlich. Siehst du nicht... Lann ist da oben drin. Nadine. Guck doch mal, wo der Wind rangeht. Der geht doch da rein. Oder hier auf der anderen Seite geht er raus. Siehst du das? Kannst du das sehen? Der Wind geht ja in das Ruhr rein. Ja, hier spürt man raus. Ja, also muss es wie hier hoch. Genau. So, jetzt. Jetzt kannst du ihn hochhalten für mich. Jetzt halt den Rüssel für mich hoch. Den Lümmel. Hui. Wie? Was ist das? Kannst du da von dir aus reinspringen? Oder musst du auch? Ich bin drin. Boah. Hui. Boah. Nicht in dem, wenn ich leider laufen. Oh, pass auf! Kannst du mich auch reinlassen, bitte? Ich muss kurz überlegen. Ich bin hier in irgendeinem Gerät. Aber du kannst mir doch die Tür aufhalten, oder nicht, von der Seite? Ich kann das irgendwie nur festhalten, ja. Hier ist noch ein Knopf. Ja, okay. Das ist das Rätsel danach. Oh. Warte, warte, warte. Kann das hier, glaube ich, weghalten. Ja, kannst du euch das Rad durch. Danke. Bitte. Guck mal, hier sind jetzt... Hier ist ein Schaltkreis. Mhm. Ne? Wenn wir das... Wenn wir die Kabel zusammenhalten, dann wird das wahrscheinlich geprüft. Aber hier sind drei... Genau. Hier sind aber drei Stellen. Du musst auf den grünen Knopf drücken und dann ganz schnell dahin rennen. Und sobald ich geschockt wurde, muss ich zum anderen rennen. Los, los, renn, renn, renn. Renn, renn, renn. Wer hat's geschafft? Wir haben's geschafft. First try, yes. Geil, dass es gemacht ist. Das macht richtig Spaß, Alter. Nicht so weit. Alter, wie hoch wir fliegen. Scheiße. Scheiße. Geil, dass es gemacht ist. Oh, Nadine. Ah. Easy. Das ist easy für mich. Ich bin auch gestorben. Gott sei Dank bist du auch mal runtergefallen. Oh, ich wurde runtergejagt. Ja, ja. Oh, Mann. Das ist schwer. Kann man einfach so rüberlaufen? Nein, nein, nein. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Wir sind beide dumm. Wir sind so dumm. Mann, das kann doch nicht so schwer sein, ey. Ey! Alter, ich bin drauf. Kannst du selber nicht glauben. Wow. Ich drück immer den falschen, Alter. Ich drück immer den Z-A-Sprung. Okay, was ist das? Ein Ventil. Kannst du mich da ran? Kannst du mal in die andere, muss ich mal in die andere Richtung drehen? Möchtest du Sinn? Na, ist egal, ne? Eigentlich nicht. Ach doch, jetzt haben sie sich gedreht. Jetzt, ne doch nicht. Ah, alles klar. Ich kann mich da ran quatschen. Dreh mal. Bist du dran? Ja. Ist es die richtige Richtung? Der dreht ja gleich noch. Ja, whoop. Ah, geschafft. So. Kann ich hier? Hier ist ein Kabel, Dings. Knopf. Ich drück mal den Knopf. Mal gucken, was passiert. Drumkommen. Und fährt alleine. Ich werde von alleine. Yes. Wie gemein ist das denn? Was war das denn? Ja, du wirst es eins zur Zeit machen. Die Finger fletschen weg, wenn man da raufkommt. Soll ich zuerst oder du? Ich mach das zuerst fertig. So, da hab ich kein Zeit für. Und fletschen. Sehr gut. Sehr gut. So, was ist das? Hier werden wir getötet. Genau, mal gucken. Ja, spring rein. Spring rein. Ja, bin ich. Oh, fies. Ich dachte, du bist schon auf dem Weg zum anderen. So, warte. Und jetzt. Scheiße. Oh, Mann. Ist aber schwer. Aha. Nee. Okay. Und lass los. Und lass los. Oh, daneben. Boah, ist aber schwer. Und lass los. Und lass los. Und drüben. So, warte. Muss du jetzt auch nochmal machen. Oh Gott, das kann ja was werden. Nein! Oh. Tschuldigung. Lass einfach. Und los. Und los. Okay. Dass du mir vertraust, Eki. Super Teamwork. High five. Was sind das? Sind das Betty Jacksons? Ja, was hat er hier? Eine Röhre. Was ist das? Wir sind jetzt im Technikraum. Technikraum. Warum hat André mich gerade ausgelacht? Nee, er hat uns ausgelacht. Achso, wo gehst du denn rein? Warte mal, ich stell mich mal auf das Ding rauf. Ah, kann ich nicht. Mach mal hoch, bitte. Ein bisschen weniger. Ja. Achso. Ah. Oh. Hallo. Ach, okay. Ich dachte, das war falsch. Lass gucken. Oh. Hallo. Das muss ja irgendwas... Das muss ja irgendwas... Es war an, ne? Als wir gekommen sind. Über uns ist so ein... So ein pulsierendes Ding. Was auch immer das ist. Ein Schließmuskel. Wann hat sich da was? Nee. Den brauchen wir das ja gleich noch. Hey. War hier drin. Was machst du da? Da ist ein Viech drunter. Jetzt bin wir platt gemacht von dem Viech. Ich geh mal hier hinten rum. Oh. Oder nicht. So werden wir denn hier jetzt... Oh. Nee. Nein. Bei den Falschen. Ich lass mich mal einsaugen. Soll ich mich auch einsaugen lassen? Wahrscheinlich ja, nein. Die Geräusche sind so witzig. Ja. Geil, das ist... Ui. So, dann wollen wir mal gucken. Klick den Schalter um. Dann kann man da rüber. Und dann muss man nochmal wieder um... Einer muss auf jeden Fall... Oh. Zur Zeit... Ja, mach du mal. Ich bin der Schalter. Weil... Oh Mann, ey. So, du sagst Bescheid. Springen und flitzen, ne? Ja, flitzen ist nicht SDRG, ne? Nee. Nein. Steht da. Steht da. Und... Scheiße. Oh Mann, ey. Okay. Und... Los. Noch einmal probier's, okay? Mhm. Und... Los. Yes. Find Cody. Find me. Ich seh dich. Ich seh dich auch. Und warum soll ich dich jetzt finden? Ach so, warte mal. Ich soll hier wieder irgendwas machen. nach links machen. In die Windfahne rein. Mhm. Da ist eine so eine Plattform drauf. Siehst du die? Da musst du einmal... Ja, da ist sie. Wenn die bei mir ist, musst du den Strahler rausnehmen. Ja. Bist du drauf? Ja. Yes. Gutes Teamwork. Ich wollte eigentlich anhalten für dich, aber... Wozu brauchen wir das jetzt? Guck mal, wenn ich das so mach, dann kommt das hoch. Willst du dann da reinspringen? Ja, lass uns das mal so machen. Okay, du musst es dann noch schnell hochhalten. Weißt du? Du musst... Ah, okay. Dich einmal hochkatapultieren und dann hochhalten. Oh, los! Ich wär dumm. Oh, okay. Oh, los! Yes. Mal sehen, was da jetzt passiert bei dir. Andersherum. Äh, ich kann mich jetzt einsaugen lassen. Ja, mach mal. Mich nämlich auch. Hui. Yep. Oh. Direkt in den... Oh. Also irgendwas... Kannst du dich irgendwie einsaugen lassen? Kann ich... Ich kann jetzt... Ich kann was drücken jetzt auf jeden Fall. Ich kann hier was zielen. Drück mal. Und lass dich einsaugen. Lass dich einsaugen. Schnell. Oh, da kommt ein Ball. Da kommt ein Ball. Da kommt ein Ball. In den Mund. Ah, die schieß ich. Okay, warte. Kommt noch mehr. Warte, ich muss einen einsaugen. Haha. Ah. Es kommen aber viele. Das ist gut. Mehr. Äh, soll ich jetzt auch kommen? Oder kannst du da jetzt rüberhüpfen über den Betty Jax? Ich kann da jetzt rüberhüpfen, wenn ich es gemocht hätte, gut gemacht hätte. Schiebst du die Hand mit mir? Ich bin da. Ja. Wow, wir sind so ein gutes Tem. Wir sind strong. Oh, oh, das Buch. Der Staubsauger Endgegner. Hä? 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 Wie geil der Haut sieht. Er ist super sauer. Wir haben ihn eingesperrt. Leute, seid ihr noch dabei Oder warst du ruhig im Chat Ja, da geht leider gar nichts im Chat Wir hatten vorhin zwei Viewer Leider wieder nur noch einen Und ich glaube, das bist du, ne Moinsen Moinsen, Roberto, Alter, was geht Was sagst du zu dem Spiel Gieht das nicht absolut geil aus Ich find's gut Dass er hier was sagt Das ist ja gar nicht Tom Clancy Hä, steht das da noch Warte mal, da muss ich das mal aktualisieren Information aktualisieren Eigentlich hab ich das alles eingestellt Oh Gott, ein Gegner Okay, wir haben keine Zeit dafür Was müssen wir denn jetzt machen Erstmal den Bomben ausweichen Oh Ah, und hier können wir es einsaugen lassen Ah, wenn er Bomben auf uns werft Pass auf, wenn er Bomben auf uns werft Müssen wir die einsaugen und auf ihn schießen Ich geh hoch Ah, warte Ich geh auf dieses Ding rauf Oh, scheiße, uh Okay, nächste Phase Da können wir rüberhüpfen Okay, pass auf Wir müssen jetzt gleich diese Bomben einsammeln Erstmal muss ich hier auf dieses Ding rauf Einsaugen, einsaugen, einsaugen Los, mehr, mehr, mehr einsaugen Hm, warte Oh, ich komm da nicht rum, leider Ja, okay Die ganze weit links Boah, heftig, wie sauer er ist Oh, scheiße, ich bin tot Was jetzt? No way Ich bin wieder da Und geht wieder los Du musst die wieder einsaugen Ja Boah, ich hab Hammerfiele eingesaugt Nice Boah Das war eine dicke Ladung für den Oh, da hab ich nicht aufge... Was geschieht hier? Äh, das sind Minen Man kann über so ein Minen-Tabby rüberhüpfen Aua So, jetzt wieder Vielleicht können wir wieder einsaugen Oh, ich hab ne Bombe abgepickt Nicht! Oh Ich war doch noch gar nicht oben Ach so Jetzt wirf er auch noch mit dir ein Ich hatte gedacht, du bist ein bisschen schneller Alter, was ist der mit ihm los? Der ist richtig wüsstig auf dich Weil du schnell die Bombe einsaugst Hm So Ein schneller Sauger Halt, halt, halt Jetzt Okay Ja, und zieh hoch Oh, fies Da komm ich nicht ganz hin Das läuft sehr gut Bei der nächsten Die nächsten Wunde haben wir ihn Alter Er ist richtig saui Boah, Alter Er ist richtig saui Aua Ich bin zu nah dran Scheiße Ah, ich spreng in die Steine Halt durch, halt durch Halt durch Oh Gott So, letzte Wunde hier Warte, warte, warte Nein, 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 nein Ich muss erst hoch Jetzt Saug ein Yes, komm Du nimmst den rechten Nimmst den linken Ich bin blau Was machen wir? Saugen wir ihn selber fest? Äh Ne, wir reißen ihn die Augen raus Ehe drücken, Ehe drücken Ehe drücken Wie gemein ist das denn? Tschüss Robert, danke dass du da warst Tschüss Frohe Ostern Frohe Ostern Da haben wir eine geile Bosskampf, Nadine Wo sind wir hier? Das weiß ich auch nicht Ich glaube immer noch im Staubsauger, würde ich sagen, Amy Du meinst im Staubsauger? Version of reality Ne, weiß ich Oh, scheiße Wir waren Oh Wir waren doch nie im Wir waren gar nie im Staubsauger Oh, scheiße Falschkampf schon wieder Oh Mann, ich drück immer den Falschkampf Ja, hab ich auch manchmal Ist schon schwer, ne? Oh, du schaffst es Ja, sauber Endlich? Ich glaube, hier können wir uns dran festhalten Yes Was ist denn, was ist hier? Wieso kann ich mich da nicht hoch? Du musst springen, auf jeden Fall Ach, was? Wenn du hoch willst Könnten wir nur sein Wieder im Shop Okay Ja Wie lange steht sie da eigentlich Und fummelt da auf dieser Werkbank rum Oh, bestimmt was richtig Süßes hat er gesagt Wer ist das? Hammerkopf Hammerhead Woran erinnert der mich? An ein Hai Oh, so süß Sie ist die hartlose Frau Ich habe ein neues Job in der Stadt Und nicht mehr Zeit für unsere Hobbys Wer ist das? Wer ist das? Wer ist die Hobbys? Du wißt, wie schrecklich es ist zu sterben von Rost? Es ist wie Börstig Leben Slowly Aber, schau Schau Hammer Es gibt ein paar Rost Remover-Spray in dem Toolkabinet Wir können helfen zu retten deinen Freunde Aber nur wenn wir uns zu Rose über da Okay Okay Es ist ein Deal Pick mich Okay Now Go zu that big door over da Pull that nail Out Wir Du bist richtig stark Du hast den Hammer auf dem Nice Hammer verwenden Ach du meine Ich kann irgendwas abwerfen Hier zu waschen Hab ich kaputt gemacht Ich glaub ich muss da oben gegen die Lass doch mal gucken bevor du hier alles kaputt haust Wir brauchen wir davon noch was Das macht Spaß Da hängt ein Stecker runter Ich glaub ich muss hier die Spray-Dosen abschießen Abwerfen Aber was passiert dann? Wann ich einfach hier runter? Ich geh einfach runter Du redest mir zu viel Boah Bist du abgeschossen? Nee Ich hab mein Pfeil zurück Mein Nagel zurückgebrochen Hier ist auf jeden Fall ein Knopf wo ich raufhauen kann Mach mal Das tu ich jetzt auch einfach Oh warte Boah scheiße Ich glaub du musst da rauf Oder? Ich muss hier gleich was abwerfen Der Nagel ist richtig der Wurm Guck mal Du kannst dann da rüber Ja das muss ich festnageln Mach nochmal Yes Jetzt kann ich hier rauf Du auch Wie süß ich lauf mit dem Hammer Ich hab den Nagel wieder So Du musst da hinten irgendwie raufhauen Wo denn? Da hinten ist wieder so ein Raufhau-Ding Ich muss eben Ah und da ist der Nagel Da Da genau Da musst du glaube ich irgendwas machen Ja aber da Ich glaube noch nicht Kann ich den Ja den musst du Da musst du irgendwas mitmachen Der ist blau Oh Ich hab rechts geguckt Kannst du wahrscheinlich noch nichts machen oder? Mach mal einen Schritt näher Kannst du dagegen springen und hauen? Soll ich mal probieren? Ja Hey Ja jetzt wissen wir Boah das ist aber schwer Oh scheiße Das war zu feinig Sieht auf jeden Fall interessant aus Was du davor hast Yes Oh Gott So Warte Jetzt kann ich dir da Den Mein Pfeil In das gelbe Boah Dann muss ich das nochmal machen Oh scheiße Es ist ja genau mein Ding Okay Konzentration Laufen Springen Hammern Oh scheiße Laufen Springen Hammern Sehr gut Sehr gut Hopp Röp Hopp Fuck Laufen Springen Hammern Konzentration Und spring Und Und Zu kurz Laufen Springen Hammern Jump Jump Schleller Vergiss das Schlitter Ja Und Sprung Sprung Yes So Ich hör mir meinen Nagel wieder Ich wirf den Ich wirf den da drüben rein Da ist da jetzt ein Ding drin Schlittern Daneben gesprungen Schlittern Das ist aber weit weg Warte mal So weil du nicht schlittern Spring Spring Schlitter Hammer Daneben gesprungen Hey Ich mach dir den mal ein bisschen näher ran Das ist nett Danke Spring Spring Schlittern Hammern Okay Konzentration Und Springen Springen Das da Ich hab dir irgendwie einen zweiten Nagel gegeben Yes Ich bin jetzt hier voll munitioniert Kannst du da einmal raufhauen Hier ne Dann haust du das Getriebe da an Nochmal Nochmal Ja du musst da schon auch kommen jetzt ne Oh Gott Nicht so schimpfen Okay So erstmal gucken bevor du hier raufhaust Wir haben hier ein Seil zu Ich mag das Es ist genau perfekt dass ich einen Hammer hab Oh Ups Geh mal hier rüber Ja warte 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 Du musst auch dir zeigen Mach das nochmal Mach das nochmal Und Wupp So Hallo Mach nochmal bitte Hoch Den linken So Jetzt machst du den rechten Den kann ich nicht sehen Ich komm wieder runter Mach nochmal Mach nochmal Mach nochmal bitte Ich hab damit gerechnet Dass du es beim ersten Mal schaffst Weißt du Der Winkel war falsch So Jetzt können wir es beide Together machen Komm her Jetzt darfst du Kannst du uns den Weg freihämmern bitte Was ist da jetzt passiert Lass mich Lass mich im Boden gehauen Witzig mit deinen Nägeln oder Ja Das gefällt mir Hi There are no relationships without challenge Challenge make you grow What is it with you? Can you just leave us alone? Oh, oh, Nadine. Das ist unsere Beziehungs-Challenge. So, müssen wir den schieben? Hau den Cody. Ach du meine Güter. Okay, pass auf, bleibe oben. Triff Cody. Hammer, okay. Watch your head, Cody. Oh, you won't beat me. I'm faster than a mole. My hammer's faster than that. Ha, ha, ha. Peek-a-boo. That's right. Ah, good. Oh, good. Hallo. Ja. Was soll das bringen, Alter? Hallo! Oh, sieh! Oh, ihr habt es gewonnen! Wie kämen wir das denn? Das war richtig cool. Komm, wir gehen weiter. Juhu! Pass auf, dass du hier nicht ins Kizgi bekommst. Aua. Beziehungsweise auch qualvoller Brot. Geh durch. Ich will meinen Pfeil behalten. Ha. Erstmal gucken, was hier so abgeht. Ah, ich weiß schon. Muster wieder hoch. Hm? Oh, ne. Ich muss das machen, ne? Ja, aber ich mach dir ganz kleine. Oh, Mann. Jump. Und das da. Und jump. Leute, da musst du bleiben. Oh, scheiße. Oh, du hast mir wirklich klaut. Ja, ich dachte, ich kann in 1 oder 2, aber die kommen immer nur beide gleichzeitig. Ach so, aber wie soll ich... Jetzt musst du richtig weit jumpen. Oh, gegen die Wand. Oh, Mann. Also, Doppelsprung, Doppelsprung. Also, springen, springen. Sehr gut. Und springen, jumpen, was auch immer. Sehr gut. So, und was ist jetzt hier drin? Lass uns mal nicht hier reinwirft. Noch nichts. Okay, hier ist eine Plexiglasscheibe. Ich muss kurz abchecken. Ist irgendwas, was von runter näht? Ah, warte. Ich lass dich jetzt erstmal rein. Ah, ne, kann ich gar nicht. Äh, guck mal, auf jeden Fall, wenn ich das mach, dann passiert da hinten das. Bringt dir das was? Mach nochmal. Was passiert dann? Ja, das bringt mir was. Mach. Mach. Da geht eine Tür auf, links neben dir. Ja. Jetzt musst du das fest... Ach, da oben fest schießen. Links, oder nicht? Ja. Sehr gut gelöst. Hier ist auf jeden Fall, da ist eine Platte. Oh, pass auf, hier geht's in zwei Richtungen. Einmal können wir links weiter und einmal rechts weiter. Was ist das für ein geiler Raum hier? Willst du erst links oder rechts zur Felge? Weiß ich auch nicht. Lass zur Felge. Sieht einfach aus. Genau, hau da mal rauf, dann können wir mal gucken. Oh, da war irgendwas gerade. Kipp die Klappe. Mach nochmal, bitte. Schlage mit deinem Hammer auf die Ziele, um zu punkten. Ich muss schießen. Ich muss schießen. Ich muss schießen. Wie gut kannst du schießen. Häftig, das war eigentlich nur ein Minigame hier hinten. Alles klar, aber trotzdem cool. Du kannst auch gut hammern. Ich schieße dir das Ding mal da rauf schon mal. Lass schon mal rüberflattern. Oh, Mann. Wahrscheinlich, wenn du denn da irgendwo... Gucken wir uns das erstmal an. Yes. Okay, war nicht so schnell. Oha, ein Auto. Ach du meine Güte. Was passiert hier denn? Ich muss bestimmt wieder irgendwas festschießen. Erstmal. Ups. Gehe ich jetzt rüber oder noch nicht? So, warte. Lass mal erstmal was gucken. Du würdest ja, wenn du da jetzt rauf springst, darunter geschoben werden. Du musst ja irgendwas... Sterben. Ich muss mal irgendwas festmachen. Ich würde auf jeden Fall sterben. Kann ich den hier festmachen? Oder hier die Bombe? Ach, da. Ah, du kannst den Fahrenden da. Den Fahrenden. Aber wo... Bring ihn rauf. Genau. Und rüber. Nein, ich hab doch da rauf gedrückt. Boah, das ist aber schwer, ey. Ja. So, da kann jetzt erstmal nichts passieren. Richtig. Yay. So. Was jetzt? Jetzt springe ich auf den anderen rüber. Ja, genau, wenn ich ihn fertig gemacht hab. Okay, spring rüber. Okay, warte. Warte, ich muss meine, äh, flitzen. Und... Oh Gott. Oh, scheiße. Bin nervös. Oh nein. Ja, das muss jetzt sitzen, sonst bist du platt. Hm. Nein. Nein. Ciao. Darf ich da wieder anfangen? Oh Gott sei Dank. Würdest du bitte nochmal den Nagel da ran machen? Ja, du musst eine Etage höher machen. Der Nagel hängt da. Ach ja. Ah, da. Oh Gott. Ich bin ganz nervös, Eki. Warum? Das ist wirklich... Weil ich Angst habe. Ich freue mich richtig, dass wir mal wieder ein geiles Spiel haben. Los! Ja, warte, warte, warte. Ich muss dich wieder konzentrieren. Yes. Oh Gott. Nice one. Nice one. Okay, pass auf. Das ist ja richtig challenging für dich. Und los. Alter, ich schwitze schon. Oh, scheiße. Okay, pass auf. Oh, bitte nicht von... Ach, okay. Ich lade dir mal hier rein. Okay. Und los. Wupp, wupp. Sehr gut. So. Dann habe ich dir hier den nächsten rein. Und... Jump, jump. Was passiert jetzt? Sterbe ich nicht? Oh, doch. Ich sterbe doch. Oh. Dann müssen wir wann das machen? Warte, ich hole nochmal beides zurück. Erstmal... Häng dich mal erstmal an den ersten ran. So. Und dann irgendwie, wenn das Ding oben ist... Los! Und direkt weiter. Yes! Oh, ich rutsche. Oh. Warte, kann ich dich jetzt hier reinlassen? Ja, warte. Warte, warte, warte. Jetzt. Komm. Oh, was ist hier los? Was ist das? Sind wir hier im Seegewerk? Ich hole dir noch einen Nagel. Ja, sehr cool. Thank you. So. Ich kann jetzt irgendwo fest. Ich kann dich hier oben. Warte mal. Ich kann vielleicht dich hier... Ah, warte. Irgendwas. Nee, kann ich das gar nicht machen? Oh. Hast du gesehen? Ich kann diese Platte bewegen. Guckst du gar nicht auf mich, ne? So, pass auf. Ich muss da hinrennen. Ich muss da hinrennen. Und wenn ich drauf will, musst du rauf fahren. Los! Oh, ich habe daneben geschlagen. Das ist richtig. Entschuldigung. Das hat mein Leben gekostet. Okay, pass auf. Jetzt. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier... ... ... ... So, pass auf. Oh. Oh. So, pass auf. Gehen? Bleibt das so? Ja. So lange mein Ding da ist. Ach, shit. Ah, der kommt direkt wieder. Sehr gut. Will ich wieder haben? Den will ich wieder haben. Nein, warum machst du das? Weil ich muss doch irgendwie höher, oder nicht? Ich habe eine Idee. Weißt du? Ja, pass auf. Spring an den Hinteren. Weil wenn ich jetzt... Spring an den Hinteren. Ja, genau. Genau. Bleib da. Bleib da. Ja, ich rutsche aber. Du was, du was. Genau. Genau. Ach, shit. Ja, pass auf. Ich muss überlegen. So, du musst an den Hinteren springen, ja? Mhm. Dann jumpst du hoch, dann mache ich den Vorderen weg und dann springst du auf die andere Plattform. Weil du musst an der Plattform an der Wand hängen bleiben. Okay, let's go. So, hoch, 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 hoch. Und hier hängen bleiben. Genau, und rüber. Sehr gut. So, kannst du einen Doppelsprung machen? Ja. Ah, warte, ich fahre den wieder aus hier. Ah, was? Ah, der ist rausgegangen. Ich habe falschen Kronen aufgedrückt. Sorry. Machen wir doch mal. So. Ah, nee, der muss ausgefahren bleiben. Jetzt musst du den links wieder hoch machen? Ach, ja. Scheiße, warte. Ja, okay. Ich gehe wieder. Kannst du auch drauf. Da unten. Ich muss mal meine Zielsinn. Ja, ja. Ja, ja. Ich muss mal hier meine Optionen nehmen. Teuerung? Raus. 50. Ja, ja. Ja. 40. 40. 40. 50. 40. 40. 50. 40. Geil. Lass ich's. So. Kann ich da jetzt rüberspringen? Was sagst du? Ja, du musst die Taschen hier kaputt haben. Reinkommen. Thanks. Komm ran. Taschen kaputt? Hier ist ein Toolbox. Both of you, come on. Help me break it open. I don't think it's like that. Oh, hawa. Uh-oh. Das ist los, aber eben. Let's get the grimy Toolbox. Hang in the Toolbodies. We're coming to save you. Boah. Leute. Wieder ein Endgegner, oder was? Mal auf den Boden gucken, da wo es dunkel wird und da wo Schatten kommen, da kommen Pfeile. Scheiße. Ja. Oh-oh. Ich mach kurz ne Pause. Oh-oh. Ich mach kurz ne Pause. Ich mach mit dir, du stupid Toolbox. Come on. Da rüber. Oh, scheiße. Das war ja richtig doch. Das ist ein Bosskampf. Was bringt uns das? Ah, ich muss mehr. Komm, da kommt so ein Wunschel so. Lauf. Ah. Pass auf. Ja. Autsch. Oh, der ist richtig in meinem Bauch. Ja. Oh. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Wie viele Nägel hat der Pissadet? Alle. Oh, Alter. Warst du eigentlich schon mal tot? Ja, vorher nicht. Nee, stimmt. War ich noch nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Was geschieht da? Ich werde hier richtig abgemorxt. Er ist ganz gemeint von mir, Erki. Aber ich bin auch wieder... Weil ich bei dir geguckt habe, habe ich einen Nagelbrauch gekriegt. Okay, komm, weiter hoch hier. Oh, nicht hoch. Du musst auf die Schatten gucken. Du hast gesagt, nicht so hoch gehen. Ja, aber nicht, wenn da Schatten sind. Da ist ein Knopf für dich. Schließlich. Okay, du springst rauf. Ach so. Oh, Mann. Das ist ganz verstanden. Ich kann den irgendwie festsetzen. Aber wofür? Damit ich da hochkomme, oder nicht? Mach mal, mach mal. Ja, warte. Ich bin gerade tot. Warte, 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 warte. Und los. Oh, ich hab. Hoch, hoch. Hast du? Ja. Sprung, sprung, flitzen. Ja, schon wieder. Sprung, sprung, flitzen. Komm, schnell. Hau die Gläser kaputt. Komm, komm. Hau rauf. Scheiße, vielleicht hätten wir warten sollen. Ja, wir müssen raubhauen. Ja, wir müssen raubhauen. Ja, warte. Oh Gott Er ist so böse mit uns Er ist echt sauer Ach du Scheiße, was ist das jetzt für ein Viech? Ach du meine Güte Jetzt hat er auch noch Arme Er kann irgendwie über seine Arme laufen Hä? Hier kann sie festmachen Ja, sehr gut Ich hau ihn Nein Ah Scheiße, er hat sich wieder gelöst Ja, ich habe ihn zurückge... Achso Achtung Scheiße So, der Arme ist fest So Nadine, los, jetzt musst du mit dem Hammer springen Los, schnell, 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 mit dem Hammer springen Ach Gott, warte, warte Los, du schaffst es Du lässt mich voll untertronen Das wäre der schwerste Bosskampf ever Oh Gott ey Okay, neue Nägel, pass auf Jetzt weiß ich Jetzt geht es gleich ab hier Okay Und über die Hand Und fest Und... Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße Komm her, komm her, du blöder Nagel Los Komm rüber Falsche Richtung hast du ihn geschossen Die falsche Richtung habe ich ihn geschossen Los geht's Er hing... Er hing tatsächlich hammer schief drin Und ich konnte nicht rüber schwenken Okay, Scheiße Pass auf Nägel, noch einmal die Nagel Huch So Okay, und sein Arm kommt jetzt Yes Ich habe Sprung rüber Sehr gut Ich mache den Arm fest Dann mache ich den gerade Und den gerade Du schaffst es Und... Wapp Du schaffst es Oh Hau da rauf Hau die Schlösser kaputt Hau ihm den Arm ab Hau ihm den Arm ab Achtung, die Schaufel Oh, Hanna Achtung, die Schüffel Oh, heftig Heftig, wie er mit der Schaufel nach uns schlägt Boah, er ist super sauer Was ist denn wirklich? Oh, ja klar Oh, eine Fräse Boah Er ist super gemein Was? Geht's dir gut, Erki? Du saß da so Alter Das Spielfeld wird immer kleiner Was geht hier? Hau 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 Na klar Ja, ich bin auch so ein Scheiße Alter Er ist ein Monster Er ist wirklich ein Monster Jetzt ist die Frage Ich schwitze Nochmal von vorne, so Bam 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 Ich hab immer nur eingeschafft Oh Mann, er soll mich in Ruhe lassen Das ist so, ne? Er ist Schüffel Komm her, meine Konzentration Oh, fies Direkt reingerannt Oh, was ist das denn? Alter, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin Okay, die Hand kommt jetzt wahrscheinlich Wenn ich sag Ja Ja Nee Doch Mach dich bereit Hey Oh Gott Sehr gut Der eine Arm Jetzt mehr Jetzt noch noch die Schiffe Warten Er soll mich bei einer Ruhe lassen Oh, ich hab meinen Hammer nicht mehr Konnte ich nicht beeinflussen Die ganze Zeit Welches Ding? Oh Gott Was? Bist du auch ungemütter? Ich konnte nicht mehr springen Alter, was ist denn mit ihm? Oh, ich glaube nicht mehr Termin modifications Nee! Was ist er denn? Hallo! Falsch! Achso? Oh, ich hab dich abgeknallt. Ah! Warte, 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 warte! Oh nein! Runtergelaufen! Pass auf, wenn er so auf den Boden klatscht, kann ich auf seine Schaufel, und du kannst auf die Rückseite der Schaufel hauen. Verstehst du? Dann kannst du... Oh Mann! ...katapultierst du mich? Auf dieses Gelbe meinst du, ne? Oh nein, jetzt bin ich auch noch durchs Loch gefallen! Sowas Unnötiges! So, jetzt musst du schnell wiederkommen! Ich bin da! Genau! So! Schneller! Rauf! 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 Was ist jetzt mit dir? Wo bist du denn jetzt? Rauf! Ah, ja! Da oben ist ne Sprichlose drin, da muss ich die Pfeile rauskennen! Oh, Nägel! Ja! Oh ja, genau! Noch ein Nägelplatz! Oh! 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 Ich hab einfach mal Druck! Oh mein Gott! Das ist alles kleiner immer! Alter, was ist denn mit ihm los, ey? Er ist wie ein Saui! Weil wir ihn verrosten lassen haben! Oh! 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 Oh Mann, ey! Du bist so ein Dreckskoffer! Bin wieder da! Hau wieder rauf! Hau wieder rauf! Äh, los! Was ist? Einmal müssen wir das noch... Einmal müssen wir das noch irgendwie durch... Überleben! Aber ich fürchte... Oh! Ich fürchte, dass wir... Das wir nicht... Boah, ich dachte wir fallen jetzt mal rüber! Ah! Ah! Genau! Genau, Alter! Genau! Hallo! Hallo! Jetzt klatsch mich nicht in Ruhe! Nein! Oh Mann! Heftig! Oh! Hallo! Ich bin gerade erst wieder da, du Pisser! Kann er mich in Ruhe lassen? Oh! Heftig! Komm schnell wieder! Komm schnell wieder! Wenn du's machst, haben wir gewonnen! Los! Yes! Wuhuhuhu! Geil! Alter Werkzeug! Komm, was denn! Mit der Schaufel! Patsch, patsch, patsch! Alter, er hat mich behandelt wie ne Fliege! Oh, wow! Yes, I'm ready! I'm so ready for this! Oh! Uh-huh! It tickles! Huh! Yeah! Yeah! Thank you! Woohoo! I feel brand new! Look at me! I'm whole! I'm whole! You saved us from that Bruston toolbox! Thank you, Mei! You are a true hero! Oh! Thank you, Hammer! Hey! What about me? Huh? I was part of this too! Where's my hero love? Did you see that explosion? Anyway, we still have to get to Rose! Oh! Of course! Of course! Sebastian! Can you help them out? They have to get to the other side! Flexible! Step on board! Really? You sure? Come on, it's safe! This doesn't feel safe, I'm not sure! Just relax! Okay! Don't worry! He's very precise! Sebastian! Slang it! Bastian! Oh no! She's leaving! Rose! Wait! We need your help! It's us! We're coming down! Don't close the door! No! 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 Help us out! Rose! Oh! You stupid buck! Oh! You've locked us in, you idiots! Now we're stuck in here! Stuckness! It's a mental construct! If you stare at the closed door, you will miss! The one that's open! Okay, FYI, there is only one door in this shed. And one window! Good! Thank you! Me! Woo! Let's go to the window! Woo! The fuck is out of this mine, okay? Oh! Oh! Woohoo! Oh! 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 Ah! Oh! 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 Wir sollen doch rüber, ne? Aber wie bist du rübergekommen? Ich springe ganz zur Seite durch. Oh Gott, ey. Ich bin schon wieder total in der Hüste. Ich bin auf gar einen Schlauch. Ich auch. Ich hab's irgendwie geschafft. Alter, man sieht gar nichts. Es ist Hammer-Dunkel hier. Hot. 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 Starm. Ah. Wie. Ah. Hallo. Hola. So, können wir hier irgendwas tun schon, oder geht's viral? Kann ja schon. Ja. Wir flitzen zusammen! Haben wir da beide raus? Oh, haben wir es. Ich glaub nicht. Oh. Ah, hier ist auch eins, leider. Machst du den lang? Okay. Los, los, los. Ah, shit. Wir müssen das teilen. Was ist? Du bist ja viel länger unterwegs als ich. Fahr mal los. Okay. Ich fahr los. Und ich drücke. Yes! Boah! Hier auch wieder. Alter! Alter! Alles kaputt, Alter! Und... Und... Oh. Oh. Kann ich sie? Rose? Rose! Ja, ja, wir müssen sie finden. Oh, ja, ich weiß, wir sind wie dolles, aber wir sind eigentlich ihre Eltern. Ich weiß, wer du bist. Oh. 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 Wenn es ein Spell ist, dann können wir ihn verbrechen. Okay, ich habe das. Ja, ich und Rose und Rose haben das alles über den Spell. Ich bin ein Virtual Wizard, okay? Ich habe mir ein bisschen Platz, ich muss mich denken. Okay, so, wenn die Spell ist durch die Teile, dann in order zu verbrechen... Oh, ha, 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 in order zu verbrechen, dann müssen wir sie durch ihre Teile schreien. Boom! Right. Okay, wir müssen sie finden und sie wieder auf uns schreien. Really? Okay. Okay, okay, okay. Do you know where to find her, Miss Binoculars? Oh, she's in her room. Sie sieht so süß aus, das Fährglas. Okay, thanks. Come on, mate. Oh, but how do we get her room from here? Easy, we just climb the tree! Oh-oh. Galatana ist nicht Gott für mich. Leute, wer ist denn so da? Es lohnt zu gucken, es ist ein super cooles Spiel. Oh. Tschüss. Oh! Goddammit! Coming through, lovebirds! Wooo! Wooo! Come on over! Haha. Well, throw us the rope! It's too far! Good! Where there is love, all distance is too far! Hey-hey! Oh, shut up and just throw us the rope! Okay, okay, man, relax! Come on, huh? Huh? You want the rope? You want the rope? Come on, you want it? Come on, come on! Take it! Wooo! 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 Huh? Wow! Oh! 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 so blöd, um zu springen. Oh, hier sind kleine Armeisies. Oh Gott, das kann ja was werden. Biffi mal, ins Fenster. Biffi mal. Still got it. Oh, das ist so süß gemacht. Oh, das ist so süß gemacht. Und tschüss. Beide rauf. Oh, scheiße. Komme. Oh, was war das denn? Ich bin so ein Volltrottel. Nicht schimpfen, okay? Ich hab Hammer hier Action jetzt. Beim scheiß Springen. Oh, ich hab noch nie einen Weg, um zu Roses rum zu kommen. Oh, ich hab noch einen Weg, um zu Roses rum zu kommen. Oh, oh, oh. Bounty. Yippie. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ist das witzig. So. Wie ist das denn geil, jetzt? Wer hat da was cooles gebaut? Ah. Ein Zierchen. Ein kleiner Wurm oder so. Oh, oh, oh! Was machst du denn? Wir wissen nicht, was da drin ist. Komm, es könnte ein Schottenkuss für das Haus sein. Ja, aber was, wenn es nicht? Wer ist denn da? Deinem Haus. Hast du gesagt? Nee, nicht gesagt. Eine Raupe. Ja. Ist das ein Schottenkuss oder nicht? Oh, ist mein Hammer. Das ist ein Schottenkuss. Das ist ein Schottenkuss. Das ist ein Schottenkuss. Wie ist das Schottenkuss? Well, at least we can see through it. Oh, das ist toll, Mei. Wir sind in der Pris-Nurie, aber die Sicht ist fantastisch. Dad? Dad, ich muss dir etwas sagen. Es ist wichtig. Haben Sie gehört von diesem Buch? By Dr. Hakim. Er sagt, dass es wichtig ist, dass sie sich verabschiedet haben. Weil dann können Sie wiederholfen werden. Wenn Sie wollen, Sie können Sie das Buch kaufen. Okay. Gefesselt von einem Mausensoldat. Das ist ein Eichhörnchen. Ja. Au! Superpowers? Das ist ein riesen Bleistift. Abort! Ja, du? Ja, nur eine Stunde. Horrende. Ja, Herr, Herr Big Squirrel. Also, du willst nach der Haus? Ja. Wir können dich da. Das ist sehr... ...kind. Auf einer Art. Was bedeutet das? Fingere mich. Komm, komm, komm. Das ist eine terrible Idee. Das ist doch geil. Was ist das für eine Zentrale? Ganz wichtige. Was ist das? Was ist das? Das ist doch schön. Was ist das? Das ist das. War's? Oh, die Wespen kommen. Was ist gerade bei dir? Boah, was ist das da bei dir? Geschirrspüler. Was macht denn aus? Dann verpasse ich das aber. Was macht denn aus? 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 Was? Da ist noch so ein Ding. Das ist nur ein Spiel hier gewesen. Was macht denn aus? Was macht denn aus? Was macht denn aus? Was macht denn aus? Das ist eine Plattform. Ah, oh, Entschuldigung. Ja. Was hast du da für ein Kleister? Honig, oder was? Das kennt jeder. Na klar. Aha. Da oben, um Meuchte-Ding aufschießen. Man kann hier auf jeden Fall... Oh, warte mal, ich komme gerade nicht mehr rauf. Auf dem Pilz auch jumpen. Ne, passiert nichts. Ich glaube, wir sind recht falsch. Ah, warte mal. Ah, da oben. Ich gucke es mal hier nochmal gegen. So war der da drauf. Irgendwelchen Schlüpper? Auf der Brücke. Ach, ja. Warte, ich kann da an das Ziel. Warte, wie komme ich denn da am besten ran? Kann ich dann springen und zielen? Ja. Hä? Ah, okay. Oh, scheiße. Jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Lauf. Krieg dich im Leib. So, warte. Ich mag meine Schlubberkanone. Ich finde es blöd, dass meins nur mit deins funktioniert. Ja. In manchen Fällen. Ich finde es doof, dass meins überhaupt keinen Schaden macht. Einfach nur glibber schieße. Also, sein wir nicht so. Okay? Okay. Oh. Ist du dritt? Oh, okay. Komm nochmal da rauf. Wo denn? Ah, oh, 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 oh. Hui. Geiles Licht hier rein, Chef. Oh, ach du, eine Bärenfalle. Voll so, ne? Warte mal. Das jetzt zugeht? Nee. Ach, hier. Ah, da. Echt. Aber wohin? Ja, komm mal wieder zurück. Du musst mich ranhängen, du musst mich kaputsch. Achtung. Oh, ciao. Ah. Was ist da oben zu tun? Ah ja, ich kann auch mal hingucken. Ah. Ja, klar. Und jetzt? Äh. Komm mal runter. Ah, hier wurde die Kopf gemacht. Ach, durch den, durch dieses falsches Pässchen. Ich glaube, wir müssen hier hin. Ah. Ah, warte mal. Ich glaube, ich muss erst da rauf und dann machst du es hoch, oder? Ja. Warte. Das ist doch ein Scherp. Das ist ein Scherp. Ich möchte aber hier rauf springen. Okay, pass auf. Dreh das Rad. Oh, scheiße. Was mache ich da? Du bist schon lange drauf. Ja, war ich auch. Ich habe mich komplett in der Taste, äh, verdrückt. Ich habe die ganze Zeit auf Flitzen gedrückt und dachte, ich laufe nach links. Warte, jetzt kann ich hier was verschießen. Bist du drauf? Gut gemacht. Okay, pass auf. Ah, knapp. Oh! Oh, fuck. Hey, I wonder what these buttons do. Hä, ich kann... Oh, die Folterkammer. Kann ich nicht... Alter. Was ist das denn? So, hier. Aus. Folterkammer. Ja, chill. Ich habe... Das ist, ob hier irgendwas kaputt steht. Ach, das war nur wieder so zum Spaß, was? Ja. Kannst du mal aufs Fenster schießen? Ah, guck. Ah, aber warum macht... Das ist so hochgegangen. Ne, nicht mal aufs Fenster, sondern auf diese roten Dinger hier vorne. Genau, guck mal. Ah, was bedeutet das? Gehegefallen. Ah, dann geht der Deckel auf. Dann geht der Deckel auf, irgendwie. Aber... Wann soll ich denn schießen? Jetzt? Und dann müssen wir... Ah, da war einer nicht auf jeden Fall auf. Und dann müssen wir uns vielleicht da rauf stellen. Schieß deinen Samen. Boah. Wow. Ich denke mal pullern. Ich auch. Mal kurz eine Puller-Pause machen? Ja. Okay, Leute, wir sind gleich zurück. Puller, puller, puller. Puller, puller. Puller, puller. Puller, puller. Puller, puller. So, hallo? Äh, Entschuldigung. Hallo. Kannst... Sünde. Da oben rauf, du kleiner. Äh, warte mal. Ah, nee, nee, warte. Ach, es fährt wieder zurück. Soll ich sie jetzt kaputt schießen, oder nicht? Nee, 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 siehste, kommt langsam jetzt an, hierher gerutscht. Ah, okay. Müssen wir beide rauf? Kaputt? Mhm. Okay. Äh, Entschuldigung. Ich konnte es nicht abwarten mit zu früh gesprungen. Okay. Oh oh. Oh oh, die Wespen! Kannst du mal zählen? Alter. Irgendwie... ...nicht. ...easy from me, hey easy. Easy from me, easy. Give me a match here! Oh! I think that's the last of them! Quite easy. Oh! 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 Das war bestimmt erst der Anfang Was ist das hier für Öfen? Sorry Leute, ich esse einen Apfel, da müsst ihr jetzt durch Das macht nichts Da bleibt das Ding, Kampfer Ah, gut Soll ich mal schießen? Ja Ah Ah Aber ich kann mich ja schlecht Warte mal, ich glaube, ich muss auf die Pilze Ich glaube, du musst mich einfach nur hoch Ja, stimmt, du bist ja Okay, bist du drauf? Jo, Feuer Komm los Okay, jetzt ist die Frage Du musst dieses Zeug da weg schießen Ja, verstehe ich, aber Was geht denn? Ich verbrenne nur, wenn du dagegen schiebst Kannst du da nicht gegen Nein, Bink Ich kann nicht einen guten Schuss von hier, Kodi Was ist sie? Was ist sie? Was ist sie? Ah Ich weiß Das war der Baum Ah, okay Ich könnte jetzt schießen Yes Wowie Schön Schnur Sehr gut Warte Das mach ich Bist du drin? Ja Hallo Hey 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 Mach Mach Thaff Ich bin so schnell Ich Ziel Gewiss Schnell coach À S H Im H H In яв Per Nicht Ja, du bist schneller. Kannst schneller wichsen halt, ey. Easy. Ja. Oh, witzig. Was ist mit dir? Es ist eine Apfelmarung. Deswegen kannst du nicht laufen, oder was? Richtig. So, wieder da. Wie läuft's? Es läuft richtig gut. Es ist ein mega witziges Spiel. Na, Robert. Du bist wieder am Start. Cool. Entschuldigung, dass ich so laut schmatze. Ich auch. Robert hasst Schmatzgeräusche. Aber da muss er jetzt durch. Auf ganz... Apfel ist nicht mehr viel dran, Robert. Kommen wir grinden hier wieder lang. Sind wir together auf irgendwas drauf? Ne. Ah, ich bin dagegen. Was war da? Kartoffeln? Kohle oder so, oder? Koppeln kann ich vor da hin. Oh! Oh Gott. Hier ist ja was los, so. Oh, fies! Nein! Oh, das war ja gemein. Das ist krass! Hallo! Oh, fies! Was wird hier denn? Falsch abgebogen! Falsch abgebogen! Oh, scheiße! Das hab ich richtig verkackt! Oh, 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 oh! Ich bin vom Kartoffelnaster geladen! Oh, scheiße, Alter! Das ist ja wieder richtig mein Ding, ne? Ach, geschafft! Ich bin weiter geslidet! Das mag ich richtig gerne! Oh, oh! Das sieht nach Bosskampf aus! Schaff mehr! Ja! Ja! Warte, warte! Ich! Ich mach die Pfeile hin! Ich sag dir wann du schießen sollst, ja? Mhm! Oh, da haben wir die Westen! Du darfst die verklebten Westen auf dem Boden! Fest mach ich! Ja! Mehr kann ich auch nicht machen! Schieb mal auf das untere Ding jetzt! Nur auf den unteren! Nur auf den unteren! Genau! Da kommen wahrscheinlich auch neue Westen da nach! Was ist da denn für einer? Schildwespe! Eine Schildwespe! Von hinten ein... ein... balsamieren! Haha! Ich hab Agro von denen! Los, 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 los! Ja, 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 warte! Scheiße! Sie greifen mich an! Aua! Ich versuche es Agro zu ziehen! Alter! Alter, die ist Hammerfix! Kann sie sich mal mit ihrem Arsch zu mir drehen? Ob mich nicht ständig töten? Sehr gut! Jetzt schieße ich auf das untere Ding! Oh, Alter! Sie müssen sich mal in Ruhe lassen! Alter! Schieß auf das untere Ding! Ne, ne, ne! Doch nicht! Doch nicht! Doch nicht! Schieß auf das untere Ding! Schieß auf das untere Ding! Das ist wichtiger als die Westen! Er ist richtig der Ritter! Kann er mich an Ruhe lassen? Oh! Der hat mich erwischt! Oh man! Nur fette Wespe! Teile! Ha! Alter! Was haben wir noch? Ja, gut! oder wir müssen alles töten hier das spiel ist auch mega wenn sich das geile ist halt dass es wirklich nur zu zweit halt wirklich auch hand in hand da kommt hier wieder an Sieh jetzt erst, dass du Streitfälzer schießt. Ah. Oh ja. Dieses Buch ist wirklich nervig, ja? Leute, habt meine Eins in Chat. Ich seh doch, es ist nur Robert unterwegs. Das seh ich doch gleich, ihr Kleinen. Threads. Werder, was geht? Was geht in Kiel? Oh oh. Herr Keith? Oh, darf. Kannst du sie bitte einbalsamieren? Süß waren die. Oh, guck mal. Richtig süß. Das sind kleine Dickies. Komm aufs Nest. Oh. Oh Gott. Da sind noch ein paar. Erki. Mit wem redest du? Benke. Sweetie. Nein. Komm, Nadine, wir gehen weiter zunächst. Ja. Versuch hier einfach mal, was du weißt. Ich versuche Schreck auf die Larven. Ja, hab ich. Das sind aber ganz schön viele Larvens jetzt, ne? Ist auch erstmal egal, du auf die Maschine. Ja. Gut, dass dir mein Leben egal ist. Ja, warum kämpfst du mit den Larven? Jetzt kannst du sie abziehen. Jetzt kannst du sie abziehen. Kraftmaschine, direkt. Komm. Oh. Fies. Sehr gut. Mein Kollege hat Corona. Häftig. Aber du bist doch im Homeoffice, du dann, ne? Kann dir doch egal sein. Okay, Nadine, was sehen wir? Wir haben hier schon mal Kerzen. Ein Loch. Kannst du was auf die, genau auf die schießen? Ah, aber... Aber ich glaube auch. Ah, geil, wir haben die gefangen. Kass. Die anderen auch. Oh nein, der Bespen-Boss. Das wird jetzt ein bisschen... Das wird jetzt ein bisschen... Nerf. Was ist das? Boah, was ist das für grünes Scheiße? Oh Mann, Alter, wie oft bin ich eigentlich noch tot? Na gut, hier ist es um endlich Leben. Ja. Kleine sind nicht mehr da, ne? Ja, hab ich alle flack gemacht. Wir können uns rein auf die fette Mutter da. Erwischt. 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 Wir haben bestimmt wieder eine zweite Phase. Oh Mann. Hör doch immer auf, auf nichts schießen. Hallo. Nicht immer sterben, bitte. Ich muss dir sagen, sie hat es auf mich abgesehen. Habe ich das gefallen. Alter, schießt sie auch mal auf dich eigentlich, oder? Ja, aber ich weiche ja aus. Ich habe mich versteckt. Ich bin in der Kopf noch eine zweite Phase. Sie sind immer wieder. Ja, wir bekämen uns hier auf jeden Fall. Hey, du bist ziemlich gut mit dem Maekang. Hörst, Cootie. Du, du, du. Schau auf den Handschuh. Wupp, wupp, wupp. Easy. Na, Rohr, das ist ja dumm wenn er eure halbe Belegschaft da anziehen kann. Corona nervt so, ey. Oh, ist ein halber Eingang. Ich hab's geschafft, Erki. Sehr gut. Applaus. Wie brav du mal auf mich wartest. Achso, wir können hier Fotos machen. Ach, du kannst. Einer muss auslösen. Drückst du einmal auf den Knopf? Ich möchte gerne ein Selfie mit dir machen. Und raus! Oh, ich hab's da an die Wand gehängt. Well, look at that. Das sind wir. Das sind wir beide. Hey, Robert, ich hab auch im Urlaub. Äh? Ach ja, Banker auch, ne? Richtig. Alleine arbeiten. Okay, das sieht hier sowas von nach einer Boss-Arena aus. Wenn ich da schon im Hintergrund die Milliarden... Äh. Milliarden Dinger sehe. Oh, ne. Weißt du, woran mich das erinnert? An Gears 5. Ja, stimmt. Mit dem scheiß Schwarm, ne? They call me the exterminator. Macht mir gut. Immer... Immer wieder auf mich rauf, ne? Boah, heftig. Was heftig? Die haben sich zusammengetan als ein Hammer. Hey! Hey! Hey, was geschieht hier? Oh Gott. Oh oh. Boah, was? Hä? Bin ich tot? Nee. Ah! Scheiße. Mach ein Loch rein. Sehr irre. Ja, ja. Epping! Oh. Wir sind durchgeslidet. Das ist eigentlich ein Loch. Teren! Boah, Alter. Was ist denn hier los, ey? Oh. Alter. Wie viele sind denn hier? Kolonie. Idealen. So geil gemacht, Mann. Das bringt richtig Spaß. Oh oh. Oh oh. Das war aber allerhöchste Eisenbahn, ey. Voll die Nasenbremse, ey. Oh oh oh. Wahh wahrh Uh wait 1939. Phöh, ah 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 ah. Aaaaah. Now what? I think we need to head that way. Come on Mei, we can't swim in this. Wir gehen bei der Boat! Help me out! Was ist der Boat? Alright, come on! I know that! Ja! Come on! Alright! Oh! Don't we need, like, doors or something? Ah! 4 Zuschauer Leute, sagt mal hallo Oh bitte, du darfst nirgends gegenfahren Okay, jetzt geht's einfach bergab, schön so bleiben Und ein bisschen nach rechts oder links, ist egal, kannst du ja auch Oh Gott Ich seh doch vor dir, ich seh das doch auch Naja Na, äh Na, äh Sehr gut Bist ein fast reiner Schütze Ist so Mach alle fertig Ja, aber Robert ist der einzige Aktive hier Das ist so, er ist der einzige und wahre Fan Er ist die Community Ich find's schön, dass er da ist Oh oh, da kommen, hör mal, viele Ach du Scheiße Oh mein Gott Sehr gut Komm, komm, komm Sorry Wo müssen wir denn lang Geht so, fährst du nicht weiter Weil da ist ein Wasserfall Alter Weißt du, stehst du da? Wie so ein Depp Na, 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 na Mach mal lieber gegen das Ding da Ja Und los Oh 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 You think they see a way out there Oh Hey, hey, cat Ah, Wanda Hua Enginnere Gott Oh, oh, die Musik klingt nicht gut. Oh nein, Erki! Erkommt ein Schwab! Was geht jetzt denn ab? Ach, du heilige Scheiße. Okay, Sif ist voll! Weißt du, damit können wir ihn kaputt machen? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Wir müssen hier einfach nur umfahren. Sie müssen sich weiter um die, um die Flecken. Ja. Nein! Du machst das sehr gut. Nein! Wir können fliegen. Ja, vorne! Nicht zur Seite schieben. Gut. Äh, ich denke nicht. Ich glaube, wir sind immer noch im ersten Drittel. Boah, Alter, es ist hammerdunkel. Wie geil, dass da auch immer steht. Ohhhh... Ohhhhhhhh... Ahhhh... Ja, die Schmutzung. Die Schmutzung können auch nicht verletzatoren. Wir müssen lieber aufhören. Schau mal, die Lichter sind. Wir gehen! Ko-die, stehe rundherin! Wir gehen! Wir gehen! Weißen, wir gehen! Wir gehen! Wir gehen! Wir gehen! Wir gehen! Wir gehen! Wir spielen jetzt, glaube ich, die sind in der zweiten Stunde. Also anderthalb haben wir jetzt, glaube ich, gespielt. Ich spiele jetzt schon zweieinhalb Stunden. Ah ja. Was ist das? Knicklichter! Ah! Oh, wowie! Oh, ist das schön! Packst du das ja, ne? Wie entspannend! Was sagst du? Ich habe gerade gefragt, ob du das packst. Ja, ich habe es richtig... Guck mal, ich bin schon hier. Ich bin schon hier. Nein, die Frage... Die Frage ist berechtigt. Malereien. Aber wer hat sie gemacht? Wow! Cool! Oh, wow! Das sieht hammerschön aus. Ich bin jetzt schon traurig, dass das Spiel irgendwann zu Ende ist. Pack das auf. Ich kann auch nichts Negatives sagen. Ich finde alles cool. Ja, mich auch. Passt weg. Das hier. Wowie! Hey! Was sind das? Werbel. Ich muss aber zum anderen werden. Ja! Ja! Wer zum anderen werden. Uuuuui! Ich fühle mich gerade wie auf einen Trip, Alter. Ich stelle mir so einen LSD-Trip vor. Ich spüre mich. Aber wo geht der hin? Ach, da. Ach so ein Stachel. Wo sind wir denn? Nein. Was soll das sein? Wo sind wir? Wir waren ja im Untergrund. Wir waren ja Rützeln vom Baum. Hört er runter. Wenn sie das Kanäle von dem... Ah! Ah! Oh, ich hab fast nie... Ich hab fast gestorben. Geil! Das ist... Einfach mal so... Fisch auf dem Bauch. Oh, da kommt der nächste. Wahrscheinlich müssen wir auf den anderen springen. Ah! Obwohl, ne. Passt nicht. Mann, ist das schön! Duuuuude! Putsch! Das ist das. Ich bin wirklich gutartig. Ich bin wirklich gutartig. Ich bin sehr dankbar, dass du in guter Formen bist. Oh, ja? Danke, May. Ich bin guter Formen in diesem Welt. Oh, ich verstehe. Du sagst, ich bin in guter Formen in meinem echten Körper? Oh, ich habe nicht gesagt, das war. May, ich bin echt... Oh, oh! Ich bin echt guter Formen. Kannst du mich gerade in deinem Körper? Nein. Genau. So, fass dich, während es dauert. Ja. Okay. Was? Kampel? So wieder? Ist da wieder irgendwas... Bongo-Bongo. Hey, Cody! Over here! Ah, guck mal. Ich kann hier so eine Sache raufschießen. Hör mal das Geräusch! Und was bringt dir das, wenn ich die dahin bobs? Hör mal hier hin oder schau jetzt dann? Ah. Lass sie mir wirklich, ich zieh nicht auf deine Seite gelangen. Hä? Ah ja, ich probier's einfach mal. Ich versteh nicht, was wir machen müssen, aber auch egal. Ich versteh nicht, was wir machen müssen, aber auch egal. Ich glaub so eine Chance, die irgendwie kett ist. Okay, find ich blöd. Du bist einfach nur so kack schlecht. Hey. Das ist mein neuer Jingle. Du bist einfach nur so kack schlecht. Ich glaub wir können hier durch, oder? Was ist denn die falsche Regen? Ja. Es sieht so aus, als würde man da durchkommen. Okay. Ein... Da wohl der bessere Pümpelstampler war. Du bist einfach nur so kacken schlecht. Halt deinen Schnabel. Rovers ist so unfair. Ist so. Aber man muss sich an den besten orientieren, Robert. Hä? Sagt er, ich bin... Ich bin schlecht, oder was? Er hat dich Luke genannt. Kannst du aber auch nicht gut sein. Heftig, oder? Du bist einfach nur so kacken schlecht. Ich bin richtig sauer. Wer ist er eigentlich, Allah? Dass er sowas sagt zu mir. Raus aus unserem Chat! Ey, bleib drin. Du bist ein Teil der Community. Du bist zur Zeit der einzige Teil der Community. Mir scheiß egal. Brauch ich nicht. Er beleidigt mich. So, wo sind... Oh. Oh man. Oh, Robert. Geh nicht. Geh nicht. Ähm... Ergi, kannst du dich bitte konzentrieren auch, oder? Ja, bin ich schon tot, oder du? Keiner. Wuh! Ey... Ey... Ich hab mir übrigens Pizzastein gekauft. Ja. The thing is for Liebe gerade. Einfach in Runden. Für den Grill? Ähm, kein Ding auf den Grill packen, ja. Cool. Da wurde ich erwischt. Oh. Halt deinen Knab... Knabel. Du bist aber nur so schlecht. Du bist so gemein. Ey, such dir doch jemand an, der das Spiel kauft, weil du zu geizig bist. Hallo. Das ist am geilsten, ne? Ich hab's dir angeboten. Nee, 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 nee. So lass ich hier nicht mit mir ran. Du bist einfach nur ein Frechdachs. Ich muss mich immer im Schatz nehmen, Erki. Immer. Nee, Erki ist der Noob. Hahaha. Sagt der Noob, weil er Angst vor mir hat. Oh, oh, oh. Wir sind in einer Wespelarena! Oh Mann, die machen die La-O-La-Welle. Ah! Ein Gugler-Käfer! Das ist aber keine Wespe. Okay, Nadine. Ich halte wieder mit dem Boss. Ja, spammen sie voll. Hält das an dem Käfer? Nee. Oh, pass auf. Schau, wo ihr vorstellt. Oh mein Gott. Lass mich! Oh Mann! Alter. Ah, pass auf. Ich kann diese kleinen Teiche hier voll machen. Ah. Oh Mann. Diese Schockwelle, damit rechne ich nie. Oh Mann! Ich bin so sauer. Ich bin so sauer. Oh, ich bin auch gespungen. Das ist eine Rotze hier. Warte mal, wir müssen ihn mal locken, zu so einer Scheiße. Habe ich es geschafft? Oh, jetzt fliegt er auch noch. Scheiße. Oh Gott. Halt durch! Oh! Nass dich! Oh Mann! Alter, was ist denn mit ihm los? Was? Schieß auf den Boden! Ja jetzt! Jo! Mach den fertig! Okay, okay! Mann ey, du blöde Pimmelnase! Scheiße! Oh, ich stand auf ihm drauf! Ah! Los! Los! Schieß! 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 Hallo? 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 Kommt ihr mich noch? Oh nein! Hallo? Kommt ihr mich noch? Robert, hörst du mich noch? Okay, cool. Offline einfach. Hast du gesehen? Sie stand einfach auf dem letzten Ding drauf. Oder der Kotkäfer stand auf dem letzten Ding. Ich werde einfach nur drauf schießen. Einfach weg. Einfach weg! Schau mal an, Leute. Ja, ich dachte... Er brauchte nur noch einen. Heftig. Was passiert? Sollen wir hier Pause machen? Ja, wir haben Pause. Ja. Noch was zur Abmoderation sagen? Wie denn noch bin ich denn jetzt noch? Ach so, ja. Okay, Leute. Es war mir ein Fest mit euch. Erste Runde. It takes two. Mega geil. Nee, gar geil. Ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Alles klar, Leute. Danke, dass ihr da warst. Ähm... Ergeben, an die bedanken Sie. Es ist absolut genial. Können wir nur am Film. Und, äh... Ja. Dann... Bis zum nächsten Mal. Und rein. Ciao. 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 Ciao.